Da machen wir doch gleich eine Aufnahme von. Justine versus Graf Wallnar. Diese Sau. Ich ziehe es durch. Der wird dann sowieso wieder wechseln. Der ist ein alter Neid. Not bad. Cooler Name. Also klar. Hydra. What the fuck? Ein Shiny sogar. Warum ist der schneller als ich? Diese Ratten Sau. Dieser kleine Bastard. So ein Shiny. Wie. Wie. Daaah laaah laaah laaaahhh La 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 Ich wusste, dass er das macht. Deswegen habe ich Tarnsteine genommen. Ich wusste, dass er das macht. Vogel, ne? Die Tarnsteine wirken so gut. Ja, ich hab's jetzt schon gewastet. Haha! Nein! Ich glaube, der Justin gewinnt, weil er einfach mehr Erfahrung hat. Ich probier's mal mit dem Sascha. Dich würde ich gerne für später aufheben. Ich bin dolly. Also, der Gedanke hat keine Tarnsteine. Der haut doch nur seine Shinies raus. Also entweder macht er mich jetzt kaputt oder ich mache ihn kaputt. Oh, dieser Bastard. Er hat ja diese scheiß Funktion. Das ist gemein. Natürlich mein Endcounter. Ja, mir bleibt nicht mehr viel übrig, ne? Es dünstet, es dünstet sich aus. Ja. 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 Herrlich. Schön. Yes. Lutscht meine Eier, du Noob. Oh, ja. Krimanzo. Das ist mein Mann. Er hat doch mal gesagt, er sieht hässlich aus. Fick dich. Ah, Flug. Letzte Pokémon von ihm? Ich weiß es nicht gerade. Ähm, nicht ganz. Da, 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 da. Duu maar rien, duu, 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 duu. Fuck! oh mein gott ich musste noch nicht mal jude einsetzen ich musste nicht mal jude einsetzen oh fuck er hat noch einen bock warum ist der schneller als ich und diese kleine wichslappen ich musste jetzt muss ich doch auf juna zurückgreifen das wird übel wenn ich treffe mache ich ein blatt wenn ich nicht treffe macht er uns platt zurück dieser huren picker kommt schon jude ja ja bitte ich liebe dich mein schatz du bist doch super übel alter juna reißt am ende mit zwei hp oder mit fünf aus leck mich doch am hodensack herrlich herrlich wunderbar oh mein gott oh mein gott was ist da gerade passiert herrlich alter juna hat voll rausgehauen das stimmt also ferox und juna die haben so ge carried und krimanzu auch dieser crit gegen fiaro hat dir so den arsch gerettet ich muss sagen auf jeden fall auf jeden fall übel übel die juna hat so rausgehauen im endeffekt ich hab ich hab die ich hab die kleine mir für dingsbums und dann noch der krit gegen einem ging in der mit energie ball den krit ein krimanz das war übel aber du hattest auch glück dass das so knapp war weil meine juna zuerst zurückgeschreckt ist ne mit energie ball gegen la muss so rum ja das war schon alter wir hatten unsere glücksmomente ich glaube ich hatte den ein oder anderen glückstreffer einfach viel einfach einfach mehr ich habe es einfach irgendwie mehr gehabt das war schon der hammer aber ich muss ganz ehrlich sagen die tarnsteine von unserem eisendorn haben sie so bezahlt gemacht bei aller liebe das haben sie richtig gemacht die art die tarnsteine haben halt echt gut der mitsch gemacht ich bin bei ich bin echt überlegen ich hätte gern ein pokémon mit gift stacheln die frage ist nur welches pokémon kann ich dem das beibringen der box aus dem boxen her kann ich den viechern nichts beibringen matschbombe fokus stoß würde ich gerne weglassen hat er erst noch hoffnung als als juna zurückgeschreckt ist er er hat überlebt es war wirklich es war knapp ich habe auch gesagt entweder trifft rako meteor oder es war so ein one one ding aber die tarnsteine haben es gut rausgehauen justin das muss ich lassen ich hätte nicht gedacht dass das mit dem wechsel mit den tarnsteinen so extrem ist aber vier Jahre oder generell die flugviecher die haben halt einfach von tarnsteine kein damage bekommen das ist dann auch wieder na renke schmied ich weiß nicht spukball matschbombe ist alles ganz geil ich weiß nicht ob ich gängiger vielleicht den pokus stoß wegnehmen soll also das kann ich ja nur wenn es im team ist ich wollte eigentlich juna noch nicht benutzen und wollte eigentlich mit dem justin rein aber gerade wo hat mehr gemacht als es sollte spukball auf mein kramort zu spukball hat mein kramort viel zu reingeknallt ja das stimmt das stimmt hatte ich auch gedacht dass garne war das ist häschen da auch one shot ist aber ich hatte glück gehabt wo garne war jetzt nicht so schlimm ist muss ich ja ganz ehrlich sagen aber und ja ich habe ihn aufgenommen